Hey hao und willkommen zu meinem neuen Format, Fishies Favorites. Ja, ich habe mir gedacht, in diesem Format stelle ich euch einfach mal Spiele vor, die ich persönlich sehr gerne mag und ausgiebig gespielt habe, für die ich manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Nostalgie besitze, als gesund wäre. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Titel ja selber mal gespielt und wir können unten in die Kommentare miteinander quatschen. Und als erstes möchte ich mit einem meiner absoluten Lieblingsspiele beginnen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Thumbnail gesehen, aber es handelt sich hier natürlich um... Da-da-da-da! Pikmin! Oh boy, ich bin so ein großer Pikmin-Fan. Ich liebe Pikmin. Ich habe Pikmin 1, Pikmin 2, Pikmin 3 und Hey Pikmin gespielt. Und ich warte drauf, dass Pikmin 4 endlich kommt. Und Gott, dammit, Nintendo, bring uns endlich Pikmin 4. Wie lange muss ich denn noch warten? Ein paar Daten zu dem Spiel kann ich euch natürlich auch geben. Das Spiel kam ursprünglich für den Nintendo Gamecube im Jahre 2001 raus und ist ein Echtzeit-Strategiespiel von Nintendo selbst entwickelt. Ein paar Jahre später zu Wii-Zeit gab es auch eine Replay-Control-Version von diesem Spiel. Persönlich besitze ich sie leider noch nicht. Ich muss das unbedingt mal nachholen, weil es da ein paar Verbesserungen geben soll. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, deswegen kann ich euch leider dazu nicht viel sagen. Aber kommen wir doch mal kurz zur Geschichte von Pikmin. Denn ja, dieses Spiel hat sogar eine Story, die wir verfolgen müssen, um dieses Spiel zu beenden. Es ist kein Rollenspiel oder sowas, keine Sorge. Wir haben halt nur so einen groben Plot, der sagt, hey, darum geht's in dem Spiel und deswegen tust du dies und das. Also, wir spielen unseren lieben, süßen kleinen Käpt'n Olimar, der mit seinem Raumschiff, der SS-Dolphin, auf einem Planeten-Notland muss, da dieses von einem Asteroiden getroffen wurde. Man kann denken, hey, der Tag ist nicht schlechter gelaufen, aber hey, ich hab überlebt, super. Aber kaum hat er seine Notlandung überlebt, bemerkt er, dass viele Teile seines Raumschiffes fehlen und er nur Sauerstoff für genau 30 Tage hat. Und das Interessante ist, genau so lange kann dieses Spiel gehen, denn es gibt ein Limit. Wir haben genau 30 Tage Zeit, um alle Schiffsteile zu finden, um die SS-Dolphin zu reparieren. Das fand ich früher ein sehr, sehr interessantes Konzept und hab mir so gedacht, wow, 30 Tage, das könnte echt knapp werden. Ich muss gestehen, in meinem allerersten Run habe ich es tatsächlich nicht geschafft, innerhalb von 30 Tagen alle Schiffsteile zu finden. Aber für jeden, der jetzt so denkt, hmm, dann ist das Spiel ja ganz schön langwierig, nope, tatsächlich nicht. Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt und es kennt, könnt ihr das schon unter 5 Stunden spielen, unter 4 Stunden und sogar unter 3 Stunden durchspielen. Speedrunner brauchen gerade mal, lasst mich lügen, ich glaube, 1,5 Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Also wenn man weiß, was man tut, kann man das Spiel wirklich an einem Nachmittag durchzocken. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Dann fangen wir doch einfach mal an, über die Pigments zu reden. Denn Ulimar findet nach seiner Bruchlandung so eine komische Blumenzwiebel, die tatscht er an, da kommt so ein Samen raus und dann kann er auf einmal was pflücken. Dann denkt sich Ulimar so, oh geil, ich probiere es einfach mal aus, weil hey, ich bin eher auf einem fernen Planeten, was soll ich schon tun, ne? Dann zupft er das da raus und ta-ta-ta, da kommt ein rotes kleines Pigment. Natürlich heißt dieses Ding in dem Moment noch nicht Pigment, aber Ulimar denkt sich so, hmm, das Ding sieht aus wie die Karotten, die ich immer zu Hause auf dem Teller habe. Ich nenne die Viecher nicht Pig-Pig-Karotten, sondern Pigment. Wird bestimmt klappen. Außerdem scheint mich dieses Viech irgendwie zu stalken, hmm, vielleicht kann ich mir das zunutze machen. Und tatsächlich ist das nämlich so. Ulimar hat die Macht über die Pikmin und es gibt drei verschiedene Arten von Pikmin in diesem Spiel. Als allererstes haben wir natürlich die roten Pikmin, die sich in jedem Pikmin-Spiel als allererstes vorstellen und die sich durch ihre lange Nase bemerkbar machen. Aber die haben noch eine gute andere Eigenschaft, nämlich im ersten Teil des Spieles sind die Pikmin feuerfest. Und das heißt, egal wohin du die hinwirfst, wo es brennt, den Pikmin ist das egal. Die decken sich nur so, ja, warme Brise, nehme ich. Danach können wir noch die gelben Pikmin entdecken, die natürlich gelb sind und riesengroße Ohren haben. Damit können sie aber leider nicht besser hören. Was eigentlich schade ist, weil das hätte man auch schön einbauen können, so dieses, oh, da kommt irgendwie ein Gegner und die Pikmin reagieren drauf. Schade, vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Aber was ich sagen wollte ist, diese gelben Pikmin sind besonders leicht und lassen sich hoch und weit werfen. Die idealen Helfer an Stellen, wo man sonst nicht drankommen würde und das braucht man tatsächlich in diesem Pikmin-Spiel auch. Und man kann auch mit ihnen Bomben tragen. Nur sollte ich erwähnen, dass es sehr, 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 sehr schnell gehen kann, dass man außer Seen seiner eigenen Pikmin wegspringt. Weil man Pech hat, sogar die ganze Kolonie. Ja, wie sagt man so schön, aus Erfahrung lernt man und glaub mir, ich habe anfangs viele Pikmin getötet. Und zum Schluss haben wir natürlich auch noch die blauen Pikmin da, die einen Mund besitzen, beziehungsweise einen Kiemen, womit sie ein bisschen ulkig aussehen. Aber auch die sind nützlich, denn jedes Pikmin hat eine Fähigkeit. Und diese Pikmin hier können einfach nicht ertrinken. Schmeiß sie ins Wasser, die ersaufen nicht. Und das ist super praktisch, denn wir brauchen Pikmin, die im Wasser überleben können. Und mit einer Kombination aus all diesen Pikmin-Sorten können wir es schaffen, innerhalb von diesen 30 Tagen unsere Dolphin zu reparieren und den Planeten wieder zu verlassen. Was ich euch noch erzählen kann, ist, dass Pikmin natürlich in einer dreidimensionalen Umgebung spielt, was ihr wahrscheinlich auch anhand des Videomaterials sehen könnt. Und man steuert die Pikmin, beziehungsweise man steuert Olimar, kann aber auch die Pikmin steuern, beziehungsweise man kann ihnen sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Die Pikmin können nämlich Hindernisse aus dem Weg räumen, wie Mauern und Steine etc. Man kann Gegner mit ihnen bekämpfen und Brücken bauen oder auch Schiffsteile zu Dolphin tragen, was natürlich ihre wichtigste Aufgabe ist, weil Schiff reparieren ist ja unser Ziel. Neue Pikmin kann man dadurch bekommen, dass wir Gegner besiegen und dessen Leichname zur Zwiebel bringen oder durch Blumenzwiebeln, die mit Zahlen versehen sind. Diese Sachen bringen die Pikmin quasi zu ihrer Blumenzwiebel und dann wird das ganze Ding eingesaugt und neue Pikmin entstehen. Es gibt zwar ein Limit von 100 Pikmin, die man gleichzeitig auf dem Spielfeld haben konnte und das war bisher in jedem Pikmin-Spiel so, aber alles darüber hinaus wird in der Blumenzwiebel gespeichert. Bedeutet, wenn man zum Beispiel mehr als 100 Pikmin auf dem Spielfeld hat, aber noch ganz viele tote Gegner und Blumenzwiebeln rumliegen hat, kann man die alle reintragen lassen, denn die werden gespeichert. Das heißt, es gibt nichts verloren und das ist eine super coole Eigenschaft, denn Pikmin auf Vorrat haben ist nie verkehrt, glaubt mir. Pikmin auf Vorrat haben ist immer gut. Und am Ende eines Spieltages, das habe ich auch bitter lernen müssen, sollte man seine Pikmin entweder um sich herum haben oder aber in die Zwiebeln zurückschicken, denn sonst werden sie von nachtaktiven Tieren gefressen und das ist eine sehr traurige Sache, weil man sich dann nicht um seine Pikmin gekümmert hat. Pikmin ist quasi, wenn ich das beschreiben müsste, vielleicht so eine Art Strategie-Knobelspiel, wo man erstmal herausfinden muss, wo sich ein Schiffsteil befindet und dann herausfinden muss, wie man herankommt. Denn es ist nicht einfach nur so dieses, ah, da liegt was rum, ich gehe da hin und hole mir das. Nein, meistens muss man Brücken bauen, man muss Wände einreißen, man muss Gegner besiegen, man hat auch Zwischengegner und einen Endgegner in diesem Spiel, um wirklich an alle Teile zu kommen und das ist das, was ich so gerne an diesem Spiel mag, weil du wirklich alle drei Pikmin-Sorten ausbalanciert benutzen musst, um voranzukommen. Es gibt auch Gegner, die gewisse Strategien benötigen, es gibt solche feuerspeinenden Typen, wo man am besten die roten Pikmin nehmen sollte, Wassergegner, die natürlich nur mit den blauen Pikmin besiegbar sind oder es gibt Höhen, die nur die gelben Pikmin erreichen können und wenn sie einen Weg freischaffen, kommen alle anderen Pikmin durch. Und dieses Strategische mag ich total gerne in diesen Pikmin spielen. Außerdem muss ich erwähnen, diese kleinen süßen Pikmin-Tierchen, die sind einfach nur niedlich. Ganz ehrlich, ich liebe Pikmin, die sind einfach knuffig. Ich wünschte, ich könnte selber Pikmin besitzen. Was soll ich noch dazu sagen? Persönlich spiele ich das Spiel immer wieder, wenn ich einfach mal Bock drauf habe, weil, wie ich bereits erwähnt hatte, das Spiel, wenn man es kennt, dauert nicht lange. Und für Neulinge, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, ich glaube, das Spiel wird für die Wii oder so für 10, 15 Euro gehandelt, der Titel. Also er ist nicht teuer. Und wenn ihr Strategiespiele mögt, könnt ihr doch einfach mal reinschauen. Ist jetzt so meine persönliche Empfehlung. Das Spiel kostet jetzt nicht Unmengen am Geld und ist auch nicht rar oder eine Rarität. Es macht einfach Spaß. Man muss sich natürlich für dieses Genre begeistern können und vielleicht auch für diesen Artstyle etc. Aber wenn man sich mal reingefuchst hat, finde ich, kann man eine Liebe zu Pikmin empfehlen. Beziehungsweise eine Pikmin-Liebe bekommen. Den zweiten Teil, der ist etwas länger, größer, aber auch anstrengender. Da sind die Endgegner und Zwischengegner schwieriger geworden. Dafür sind einige andere Elemente weggefallen. Da ich den Titel erst so kurz und wieder durchgespielt habe, ist mir das zum Beispiel aufgefallen, dass man im zweiten Teil gar keine Brücken zum Beispiel sprengen muss, beziehungsweise Mauern sprengen muss und sowas. Was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, das kam aber im dritten Teil zurück. Aber natürlich wollte ich hier nur über Pikmin einsprechen. Ich bin gespannt, was sagt ihr über Pikmin? Welche Erinnerungen habt ihr an Pikmin? Wünscht ihr euch selbst ein Pikmin 4? Oder habt ihr gar niemals Pikmin gespielt? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Das war es mit dem ersten Fishies Favorites. Für Verbesserungsvorstärke bin ich immer wieder offen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye! Bis zum nächsten Mal.